Ey, ich bin auch Sören. Moment. Achso. Ja, ich bin innocent. Ja, ich war auch innocent. Warum hast du auf mich geschossen, Tan? Ich hab auf niemanden geschossen. Jan, wo bist du? Ich hab dich nur angeguckt, ich hab gedacht, ich wollte dir ganz sagen, komm, nimm deine Waffe runter. Wer hat Tan getötet und Mike getötet? Tan hat mich getötet, ich hab... nein. Ich weiß nicht. Ich war getasert, ich hab gar keinen getötet. Ich bin immer noch bei Sören. Der Detective hat mich getötet. Nein, das kann nicht sein. Der Detective ist der Lübner, das ist der Traitor. Warum sollte der Detective jemanden töten sollen? Hat der aber! Bei The Rain, oder wie das Spiel heißt, dieses... Also, ich vertraue Jan, okay? Auf der Detective, ey. Mein Fahrrad. Dieses starke Band könnt ihr nicht zerbrechen. Mary, wir haben die Runde noch, das müsst ihr ja sehen. Eine Minute. Ach, hier ist Mary. Mann, guck mal bitte, diese Verlust. Voll die Schaufel. Also Mary, wir machen hier keine Leichenschänderung mit deinem Körper, okay? Der Detective ist der Traitor. Wer hat den Rhein, was auch der Detective? Das sieht nur so aus. Ich guck gar nicht hin. Ich guck gar nicht hin. Ich guck gar nicht hin. Alter! Ich hab Damage bekommen, Mann. Mir macht sehr fort den Schreibtisch. Wieso leuchtet der Tisch so? Der Schrank so? Womit, womit. Womit glitzert der so? Der da beim Micha? Wieso glitzert der? Nein! Ich hab alles kaputt gemacht. Mann! Yo! Good Job, Alter! Das hast du sehr gut gemacht. Der Detective hat schon drei Leute umgelegt. Das muss so an Rache oder so sein. Das ist der Detective. Leute, Leute, ich hab's gesagt, bei Heavy Rain war's auch der Detective. Ist so. Oh mein Gott, du hast gespoilert. Oh mein Gott. Alter? Äh, was ist denn da? Mann, Micha, wieso läufst du zu meinem Fahrrad? Warum geht's um mich? Das ist die bessere Frage. Wieso sprichst du die Fluglichtung von meinem Fahrrad? Wieso sprichst du die Fluglichtung von meinem Fahrrad? Wieso sprichst du mein Fahrrad? Weil ich da stuck war? Weil du mich da reingesackt hast? Was ist, wenn der Trader innerhalb dieser Paradekunden jetzt nicht gefunden wird? Dann haben die Innocence gewonnen. Sehr gut, weil ich... Der Trader hat versagt. Ich pack nämlich in der Wand rum, dank Jan. Ich glaub, ey, nein. Jan, das ist es. Ja, ich sehe hier so eine Wand mit ganz vielen Einschlaglöchern. Warte, ich weiß nicht, wo das war. Ich klicke Sören auch dazu. Ich klicke Sören auch dazu. Ja, wer war's jetzt? Ich. Sören war's. Ja, Tan, warum sagst du denn nicht, dass du Innocent bist? Ich hab die alles nicht gefunden. Ich hab Langeweile gehabt und hab ihn ein bisschen an der Wand rum geboren. Bist du? Oh mein Gott, ich bin wieder 607. Warum sagst du denn nicht, dass du Innocent bist, Tan? Ich hab die ganze Zeit gesagt, ich bin Innocent. Ich hab mir keiner geglaubt. Ja, du hast ja... Ich will hin und sehen. Ich hab dir kein Mensch. Also, ich hab ihm geglaubt. Wer ist das, was das hier? War das Micha? Na, ich bin weiter. Ich bin nach Amstbaum. Ich bin direkt hier. Hey! Seen ex. Seen ex. Seen ex. Waffe runter. Seen ex. Seen ex. Ich bin hier bei den Random. Hast du auch ein bekanntes Hass? Hast du sich? Waffe runter. Mechanos. Oh mein Gott. Ich bin bei Yannis. Yannis beschützt mich. Du bist Detective. Bin allein! Hey, ich hab Mike gehadschottet. Ich hab dich eigentlich auch gehadschottet, aber irgendwie stirbst du nicht von 30 Sekunden. Hier ist ein Fahrrad. Hier ist ein Fahrrad. Hier ist ein Fahrrad. Hier ist ein Fahrrad, hier ist ein Fahrrad. Hier ist ein Fahrrad. Hier ist ein Fahrrad. Hier ist ein Fahrrad. X22 Mike. ich bin kein Traitor, ich habe gerade Mike erledigt ich glaube, du willst ein Fahrrad kaufen das kann ich nicht bestätigen, ich weiß nicht ich habe Sinex erledigt ich bin kein Traitor ich bin kein Traitor, ich habe Sinex erledigt ich bin kein Traitor, ich habe Sinex erledigt ich bin nicht bestätig, Mary hat mich gekillt dann wollte Mary killen jetzt ist die Frage für mich ja sehr ruhig und Shadow ich habe Sinex erledigt von rechts wer hat hier gerade geschossen? wieso hat der random Typ den davon kürtet? ich fand geschossen ich wir haben gleich mal eine Runde Prop-Handzocken hier liegt... ach so... ja ok Leute ja von mir aus der hat auf mich geschossen Sören hat gerade auf mich geschossen naja ja ich habe ganz leiche Leute wollen wir nach dieser Runde Prop-Handzocken ja können wir ja ich bin dabei ja du bist so still ja weil ich nicht weiß wie ich bin weil ich ständig alleine will ja ja aber ich glaube wie alles ist schießt auf mich, verliert Karma und gut ist ja schießt du doch auf mich ich glaube Sören ist so warum sollte ich? ich will nicht weil du der Traitor bist also ich weiß wer es ist ja was macht dieser Discom-Bulator? ich würde sagen alle die dieses Model haben mit dieser Brille und dieser grünen Jacke sind Traitor ja 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 gut gemacht ja und du fragst dich warum du ständig bei 600 bis 700 Karma rumkrüppelst da ist Micha einer von euch hat gesagt Dings hat geschossen ich weiß warum ich den Karma schaden gemacht habe ja und was macht dieser Discom-Bulator? 2 2 2 1 Happy Birthday ich hab dir 3 Schüsse in den Kopf gegeben ich glaub ich hab dir 50 Tannen oder so gemacht ja 60 hast du mir auch, falls Gesicht wirkt ja und ich hab dir 3 Schüsse in den Kopf gegeben dann mal müsste es über den Kopf gestorben sein ja ja ach hier ist die Löcher von Dürfen ja entweder ist es Micha oder Micha ich sag mal auf Laring ich hasse dich ich glaube es ist eindeutig Micha du bist ich bin mir ziemlich sicher dass Jan es ist wie ist ein Tannen eigentlich gestorben weiß ich nicht ich hab nicht mal seine Leiche gesehen ähm durchbretts im Geld ihr könnt ihr Gläser rücken dann kann ich es euch erzählen aus dem jenem ey ich kenne eine ganz sichere Methode wie ihr den Trenter herausfindet ihr bindet einen stein auf den Fuß auf den Stassen im See was für ein Tradershop eigentlich? was ist das? stimmt die, die kann das gar nicht sein die weiß nicht mal wie man dahinter hat ich weiß nicht mal wie man dahinter hat ah Granate Vorsicht hier seid ihr alle oh ich glaub Shadow ist es Nein! Die Waffen sind aber mega scheiße, man kann ja aber nix killen Ja ja, die Waffen sind schuld Und nicht der nicht vorhanden, was gilt Ich weiß, warum kann ich jemanden nicht töten im Preparing? Weil das Preparing ist... The next is dangerous, ey Echt? Ist das so? Oh, ich bin Detektiv Oh, 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 oh Ich muss mich anders beschuldigen Hier ist der C, hier ist der C, hier ist der C, hier ist der C Ey, ich hab nur was Lass ihn Ah, Mike, 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 Mike ist der Traitor Mike ist der Traitor? Mike Ich bin jetzt in Ruhe Ich bin mal zuhören Hier ist was hochgegangen Mike ist es Mike hat aber Micha getötet Nein, ey, der Detektor, das war wie bei Heavy Rain, hör auf Mike Das war wie bei Heavy Rain Ja, mein Oh, wir sehen uns hin Jetzt hab ich noch weniger Karma Oh Gott Ich bring Michas gleich an den Sicherrohr Warum hast du mich denn getötet, Mike? Weil ich einen Pakt mit den Traitors geschlossen habe Die bringen mir die 77 Jungfrauen und ich Aua Ja, da hättest du aber die Bomme nehmen müssen Nein, ich hab einfach den Detektiv ausgeführt Nein, Jan Lass mich Franz ist bei mir, Franz ist bei mir und erzählt auch nicht Dadurch, dass ich den Detektiv rausgenommen habe, haben die jetzt mehr Freiraum, weißt du? Ja, ne, ist klar Dann wärst du wahrscheinlich gekickt Wer wollte denn die nicht von dir? Ja, 8 Minuten Ich glaub auch Jetzt krieg ich meine 77 Jungfrauen, also Also, wenn du so ein Detektiv abknallst, ist... Boah, es gibt bisschen... Mary ist wieder afk Mary hat bestimmt das rausgefunden, wie sie sieht Ich glaub, Mary ist es Leute, ich werd nicht so ohne gekickt, mach mal bitte... Wie kann man das Licht an- und ausmachen ohne Witz? Was gibt dir so einen Sicherungskasten? Oh, er weiß es Er ist ein Traitor Ja, er ist Traitor Wer war das? Ich kenn die Stimmen nicht Wer war das? Wer hat das gesagt mit dem Sicherheitskasten? Ich trau dir nicht Ich trau dir nicht Ich trau dir nicht Ich trau dir nicht Mike, wir beide werden, ähm... Gegeben Zwei Innos genannt Oh mein Gott, nicht dein Ernst Wer hat das... Wer hat das mit dem Stromkasten jetzt gesagt? Wer ist das? Das war, ähm... Warte Ich kann's gleich sagen Wem gehört das Server? Warte Ähm, das war... Ja Mary Genau Alp Jan, ne? Die gehört das Server, ne? Nein Die gehört das Server nicht Ich hab mehr Recht als Jan Ja, weil... Mach mal schnell Prop-Hand rein, ich werd in die nächste Runde gewandt Ja, wir werden beide gewandt Ich glaub gar nicht Wenn ich jetzt Prop-Hand reinmache, dann dauert das ca. 5 Stunden bis der hochgeladen ist Wieso das denn? Wir können ja einfach auf... Wenn ich eine fucking 3K-Leitung habe Oh mein Gott Ja, dann... das kann auch laden 3K-Leitung, Alter Alle Rechte und dann lass ihn noch hoch Nee, ich kann's selber machen, aber ich weiß nicht Ja, du weißt nicht Passwort und so von... von Nitrat oder ja, das soll ich dir auch nicht geben Warte, wenn ich jetzt einfach... Warte, wenn ich jetzt einfach... Sie vertrauen Ja, nee, nee, nee Warte, ich kann nur einfach bei der Map-Change, mein Was ist? Ich kann einfach Map-Wechsel und dann die Mode Nee, Mo, das kann man nicht wechseln, weil der nicht aufgeladen ist Oh yeah! Mary Mary High five Aber du warst nicht im Shop, oder? Nein, nein! Ich hab das Licht ausgemacht Ich hab das Licht ausgemacht Äh, mit C oder V bekommst du... Ich hab auch Mary geschossen, kannst du nachher sein gelassen, weil ich dachte ich... Minus... Ja, Leute, wenn wir was anderes spielen, ich wurde gebannt Ja, ich bin in 28 Punkten auch runtergebrochen Meine Kamera war low und die Trader haben mir 77 Jungfrau versprochen Mann, ohne Witz Ohne Witz! Auf dieser Scheiß Map war ich noch nie Tranker Nee! Ja, ich hab's dir nämlich grad gesagt Ich hätte mich schon nicht zum 100-Millionsten Mal Und mich hast du die ganze Zeit gesagt Ja, das ist ne geniale Tarnung, Mary, ne? Hey, ich war letztes Game Trader, ich bin diesmal keiner Hey, hey, hey Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du einer bist Okay, stimmt mit dich Hab ich mal gehört Hey, hey, das macht keinen Sinn, dass ich jetzt erst nochmal bin Außer wenn's Michael ist, Michael ist dann zweimal Ey, Leute, ich spiel jetzt ohne Michael, seid so gemein Ja, Mike, selber schuld Genieß deine Jungfrau Was selber schuld Genieß deine Jungfrau Ich hab's schon durch Wo ist Jan? Jan, wo bist du? Ich bin bei Jan Lass Weil ich mach' mir das nicht Weil ich mach' mir das nicht Einer 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 zu wählen die Grob ist Ach so Moment Hau dir, ey Da wird geschafft Wenn ich als Unusend auf dem Unusend schieße, soll ich die Aufgaben? Ja Warte, mich ja Du einen Schussmann Ja Nein Okay Und dann wird die nächste Runde gekippt Ich schieße hier Ich schieße hier Äh Ich hab' so einen Crop Hunt Server, der nur von 10 Spielern hat Dann belagere den schnell Ja Ey, ich verbrenne Ich verbrenne Deservier die Sitzbänke Redo zählt auf mich Redo zählt auf mich Redo zählt auf mich Redo zählt auf mich Redo ist garantiere Traitor Redo ist garantiere Traitor Redo ist garantiere Traitor Redo ist garantiere Traitor Wieso finde ich hier keinen? Ich glaub' Micha ist Traitor Oh, ich bin das Nein, ich kenne dich mal wenn ich stehe, wenn ich da mein Handy Ja, und im Shop Aka, Aka Was, wie komm' ich denn in diesen Shop? Sag doch, red doch nicht immer von einem Shop, wenn ich nicht mal weiß, wo es geht C, drücken Einfach nur C drücken, wenn du Detektiv 100 Schwer bist C Und du solltest jetzt nicht sagen Ah, so kommt man da rein, das war mir ziemlich verdächtig Ach so, C4, ach so TLC und die anderen sind hier TLC ist verletzt Ja, ich weiß Ich hab' ihn angeschaut Ich hab' ihn angeschaut Ich hab' ihn angeschaut Ich hab' ihn angeschaut Ich hab' ihn Oh mein Gott, ich hab' zu viele Ich bin hier raus Oh, zu Hölle Jetzt fehlt nur noch her an Oh Gott Oh mein Gott, Taschenlamm, Mann Okay, wer war nicht bei uns? Wer war nicht bei uns? Wer war nicht bei uns? Warte, warte Jan ist da, da ist Jan Wo, wo? Okay, jetzt sind alle in dem Raum Alle, die es möglicherweise sind Ja, Shadow ist nicht bei uns Das heißt, wenn jetzt der Traitor eine nette Bombe zu sitzen, gibt aller Marsch Ja, ich bin's aber nicht Ich bin's aber nicht Ich komm' jetzt ohne Würfe zu euch so Ja, dann töten wir dich Ja, das macht das Das ist nicht mein Karma Es ist Jan Ah, wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Wer hat... Ah, jemand hat doch geschossen Wer hat geschossen? Wer hat... Wer hat... Wer ist denn hier? Hallo 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 T-Hack 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 Wie T-Hack Wird ihr behindert? Du hast auf mich geschossen, Alter Scheiß hab ich Ja, dann hast du auch auf mich geschossen Hallo, wartet mal auf mich Missing Map, was war der Scheiß? Was ist der denn? Da, Alter Klar Der war's nicht Natürlich war ich's nicht Tan, wieso schießt du auf uns? Ja Um den Verdacht vom Traitor abzulenken Damit er... Boah, ich bin vor uns eine Spitze für ihn Wenn wir jetzt wissen, dass die AC Tote ist, dann ist das nur Jan Dess Ja, ich glaube auch, dass Jan Dess ist Oh, gut Oh, wer hat die Granate geworfen? Jan Dess Wer hat überhaupt am Shop? Wer hat überhaupt am Shop? Jan Dess Der hört auf! Nicht schon wieder auf mich mit dem Scheiß Der ist, ich seh dich da hinten Dann Leg das Fahrrad an Leg, leg es weg Das kann eine gefährliche Waffe werden Stop Frag Micha Ja Ich hab so einen eigenen Leib zu spielen bekommen Ich hört an Ja, guck Tsch Papp, voll auf den Head Ach, schießt euch doch um Bin ich im Shop Stop Nein, Mann Michaelis Geld Äh, auf mich wurde geschossen Nein, der hat das Ding nach dir gebrochen Könnte ich mir auch vermitteln, Schatz zu bewerfen Michaelis Geld, ich hab noch 1 HP Er war inno Hm, also Also Machen wir nichts vor Ich glaube, Janis Es war ein Fehler Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Janis ist Es war ein Fehler Es war ein Fehler Damit leben wir jetzt alle Äh, ich hab's zwei Mal gefunden, ne Wenn die schon nachschauen, dann können wir hier zocken Oh, ich hab hier mal was aufheben dran Wir ignorieren das also Dann ist hier rechts, Alter Ich glaub, es ist Micha Warum sollte ich das sein? Dann hätte ich schon irgendjemand getötet Ich Ich töte ihn einfach Good job, Mary Ey, wer ist gerade gestorben Micha Tan Mary? Was? Ja, Mary Ja, ich hab nen Proper Server Eee 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 Ich hab jetzt Maik nach eben Ja, okay Ja, ne Ich hab ja nicht ins Team Ja, wir müssen Maik jetzt nachschauen Ich hab ja nicht ins Team Ich hab ja nicht ins Team Ich hab ja nicht ins Team